Weil, ist ja gratis, ne? Nause, du! Alles klar, Keks. Ja, ist doch egal. Die macht das jedes Mal jetzt, oder was? Der ist noch zu jung für Kaffee. Ich hab in der Ausbildung angefangen, Kaffee zu trinken. Den Kaffeetropf kenn ich. Bring doch mal Ursula nach Hause. Nee, die soll hier bleiben. Ich will die ärgern. Dein Fahrrad steckt echt im Eis, deswegen... Ach so. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. Jetzt ist mein Kaffee, aber... So, ich wollte doch heute... Hm. Hm. Aber die ärgert dich nur. Ja, ist mir klar, dass die mich ärgert. Ich will die auch grillen. Ich hab Ursula noch mal Kaffee. Kaffee? Hilft da nicht. Nee, aber Feuer. Oh, ja. Hier habt ihr eure... Büro wieder. Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts besonderes. Zurück zu Hause. Toll. Ich habe eine Errungenschaft mit einem fetten Eulenkopf bekommen. Hm. Darf ich Sie kurz stören? Nein. Ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Uhu. Ja. Das heißt, erstarrt Löcher in den Raum. Hehehehe. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss ich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild. Fast unfähig zu sprechen. Uhu. Eine sehr beunruhigende Situation. Ja. Abfackeln. Kaffee hilft da nicht. Kaffee hilft da nicht. Mh. Mh. Ich sollte den Bech. Einmal halt. Muss ich mich vielleicht irgendwie beeilen oder so? Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Hier steht auch zu. Oh, ist direkt kalt wieder. Oh. Oh. Also muss ich mir was anderes einfallen lassen? Scheiße. Kaffee hilft da nicht. Wird da sein können, dass ich ihnen irgendwie was warmes... Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Cool. Hagebutten. Wenn die getrocknet sind, kann man die als Juckpulver benutzen. Die behalte ich. Die behalte ich. Die behalte ich. Mh. Immer noch ein schnell... Du verträgst keinen Kaffee. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Hab den Zopf dann irgendjemand geschenkt bekommen? War noch nie in dem Stream erst gefolgt, als ich gesehen hab, dass ich einen Zopf hab. Wow. Dieser Hakschnetzel, diese Heule, damit er nie wieder Uhu sagen kann. Ach, jetzt auf einmal. Was ist das denn für ein Stein? So keine... Krieg ich nicht kaputt? Da wird keine harte Hake ge... Das bringt nichts. Hätte er sein können. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm. Und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Hm. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Was sah ein Chaos? Ein Zettel bringt mich hier nicht weiter. Hm. Hmm. Warte mal. Kann man ja auch weiter. was das was ist das ob diese steinäuglein schon viel gesehen haben der spiegel kaufen wird installiert nice das cool eine fischschuppe sie ist ganz trocken und schiller bunt die ist ganz leicht niedlich noch eine statue so wie bist du denn wie sind angekommen wie die lösung sei okay verdächtiger typ wie okay fertig da muss ich mal ganz schnell los so jetzt bin ich endlich auf dieser seite hier endlich creepy das war wirklich creepy wie lange schwimmst du heute weiß ich gar nicht jeder nennt mich spitzweg also darfst du das natürlich auch ich bin übrigens kein eichhörnchen sondern ein ziesel das wusste ich nicht so bepackt sehen sie aus als ob sie später noch viel vor hätten ich bin ein abenteurer und wissenschaftler und meine neueste forschungsreise soll über die sieben weltmeere gehen um ihre unterschiede in flora und fauna zu dokumentieren sieh dir nur all die karten in meinem rucksack an die schönheit der natur manifestiert sich in ihrer subtilsten entzückendsten weise in diesen liebevollen niederschriften ja es ist schon ein enormes abenteuer und es beginnt hier im bescheidenen heimatlichen kaltwasserbach das klingt ja spannend aber wieso machen sie sich dann nicht auf den weg so viel mehr braucht doch sicher unheimlich viel zeit um komplett angeguckt zu werden wem sagst du das ich wollte das erste wegstück hier mit einem traditionellen mauswalder blattfloss zurücklegen ich habe es gestern bei den igelbrüdern in auftrag gegeben sie sind die talentiertesten und verlässlichsten handwerker hier im wald sie wollten das floß einfach den kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen aber ich stehe schon recht lange hier sag mal gehst du zufällig zum kürbisfeld am stadtrand wenn du bei der werkstatt der igelbrüder nach meinem boot fragen könntest würdest du mir einen riesigen gefallen tun kein problem ich kümmere mich darum der wälzer im wasser ist ein raubfisch und kann an einem schlechten tag ganz schön ungemütlich werden die schleuse soll ihn aus unserer stadt fernhalten ich kann sie also öffnen wenn der wälz gerade nicht da ist magst du kaffee kaffee hilft da nicht das hätte sein können hagebunden sind cool die behalte ich besser die behalte ich besser da wird keine harte hake gebraucht gut jetzt kommt zurück keks ich muss nächste woche wieder eine patch woche machen für noch 10 giga mit wolken hallo warum stehst du denn hier oben ich bin zum kanonendienst eingeteilt worden wir hatten hier ein großes krähen problem naja haben wir mussten sogar evakuieren das klingt schrecklich oh ja also wenn ich so ein grassiges tier sehe dann kaboom meistens fliegen sie aus nordwesten heran ich muss immer die augen offen halten auch bei nacht kaboom eine kanone ganz wie aus einem piratenfilm arrr ich bin jerry haselbart der piratenmagier pfoten weg niemand darf die kanone anfassen nicht einmal ich besonders nicht ich außer im notfall ja besonders er nicht muss für den nächsten krähenangriff bereit sein stell dir nur vor es fliegt wieder so ein tier in das rathaus meistens fliegen sie aus nordwesten heran ich muss immer die augen offen halten auch bei nacht pfoten weg stell dir nur vor auch ich bin besser ich darf da nicht einfach so ran aha ah jetzt darf ich auch so hoch so drei millionen immer mehr rätsel und gelöste aufgaben ein zettel bringt mich hier nicht weiter ah jetzt sind die igelbrüder da seid ihr die igelbrüder? ja die sind wir wie können wir dir helfen? ich bin jerry zauberlehrling herr spitzweg hat mich geschickt um nach seinem boot zu fragen spitzweg wartet sicher schon seit stunden an der bachschleuse leider sind unsere werkzeuge verschwunden die waren ganz neu da steckt bestimmt ein grünhut dahinter ach sei doch nicht albern unser papa hat uns von grünhüten erzählt da waren wir vier jahre alt nein nein sie treiben sich ab und zu im mauswald rum sind unsichtbar klauen werkzeuge und bringen kalte luft so dass man sich erkältet das waren märchen und diese kleinen fußstapfen hier überall sind die auch ein märchen? hm ich schaue mich mal nach eurem werkzeug um danke das würde uns sehr helfen warum lachen die so verdächtig? wahrscheinlich ist es vorher untergegangen oder hast was gesagt und ich habe es nicht mitbekommen ich war gestern auf kaisuko ist eine anime japan party in münchen nee das habe ich nicht mitbekommen da habe ich den deutschen synchronsprecher von cardman getroffen oh was? wie cool hast du auch ein foto und so gemacht oder eher einfach nur ich weiß ja nicht wie privat die person da ja hast du oh das ist ja cool oh da ist jemand ein kleines grünes männchen mit hut ich hab's ja gewusst da haben wir wohl doch einen grünhut am haus gehabt ach sollen mich doch die schlangen holen donnerbalken und fliegen bis hagel und schlampfützen der sieht mich ja aber wenn ich die luft anhalte siehst du mich nicht ich bin eingepennt geh schlafen gute nacht chat und lösche allen noch viel spaß im stream danny ich wünsche eine gute nacht danke dass du da warst schlaf schön ja ich hab grad diskret offen das ist ja echt cool nice das ist echt nice den weg versperren mit was denn der kleine mann in grün da ist er wieder er ist bei den igeln und jetzt schon hier sie jagen den falschen ich hab nix getan vermeidet die polizei äh ich meine fahr zu frau holle verflixt am wachtmeister frau holle jetzt ist er schon wieder entwescht der war ja ganz schön sauer äh corona ist auch immer da falls du den kennst der name sagt mir was ja aber ich verfolge den nicht so also nicht mehr hier findet mich der kleeblattkappen bestimmt nicht da ist er wieder stehen bleiben ich stehe auf einem schenbrock seine magie gibt mir kraft jawohl ich kann dir machen was ich will er ist schon wieder entkommen der kleine mann läuft über den stein um sich mit magie aufzuladen und anschließend löst er sich auf ganz eindeutig mit hilfe von magie wow keks wow danke für die 100 bits tolle info das wollte ich auch wissen oh wow ähm findste aufreiß ja ist besser muss jetzt irgendwie dafür sorgen dass er seine magie nicht aufladen kann ist die frage wie mache ich das ich weiß nicht mal jetzt gerade wo der ist ich hab dich gesehen ja noch einer hm 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 Und das ist ein kleiner Tipp. Ja, so ein kleiner Tipp vielleicht. Also die Richtung schubsen. Sie ist ganz trocken und schillert bunt. Ein waschechter Zapfhahn. Wenn man den an einen Briefkasten klebt, machen die Leute bestimmt Augen. Naja, oder auch nicht. An einen Briefkasten? Da muss man nichts abzapfen. War doch deine Idee. Da muss man nichts abzapfen. Denk mal an Haken und Cartoons. Haken und Cartoons. Pff. Haken und Cartoons? Donnerbalken und Fliegenmiss. Lass mich in Ruhe, du Balk. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Ich bin besser. Hm. Keine Ahnung. Hier, war sein Vorschlag. Ich hab den Dieb gesehen. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut am Haus gehabt. Ich hab ihn sogar gehört. Aber warum kannst du den Grünhut sehen? Ich bin ein Zauberlehrling. Eidert aus. Dann kannst du uns bestimmt helfen. Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das... Ich bin besser. Ich bin besser. Ich bin... Ich bin... Ganz schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Schade, das hätte sein können, dass man die so runterziehen kann. Ich bin... Falls ich mal streamen würde, würdest du zusehen, Liz? Äh, weiß ich gar nicht. Ich hab halt nicht die Zeit, um so viele Streams zu schauen, leider. Ich hab in meiner Liste schon so viele. Und selbst die kann ich nicht immer alle zuschauen, weil... Die mal dann anfangen, gleichzeitig zu streamen. Ich muss unbedingt meinen Nachnamen ändern. Wow. Hm. Haken und Cartoons. Ich hab grad keine Ahnung, was genau... Ich bin besser. Sorry, Liz. Was ist denn sorry? Ach, du meinst die Harke. Ach, du meinst jetzt das hier. Jetzt hab ich an was ganz... Oh, jetzt hab ich an was ganz anderes gedacht. Oh, jetzt hab ich an was ganz anderes gedacht. Oh, jetzt hab ich an was ganz anderes gedacht. Du meinst dieses Doink, wenn er jetzt da rauftritt und dann... Fiese Idee. Aber könnte klappen. Ach so. War verwirrend wegen Merz. Alles... Alles gut. Hätte ich ja auch selber drauf kommen können. Ja, Musi. Ich hab halt auch noch... Ich hab so viele Streams in der Liste. Selbst die kann ich nicht alle mal schauen, leider. Jetzt wird er schon wieder entwischt. So gern ich würde. Es gibt halt viele gute Streamer, die ich gern zuschaue. Ich muss die mal abwechseln oder mehrere Streams gleichzeitig aufhaben. Das ist aber auch immer ein bisschen kacke. Das gleichzeitige Stream ist echt nervig. Ja, dafür kann man... Kann man ja nicht ändern. Die anderen streamen halt so, wie sie Lust haben. Ist ja auch richtig so. Ist ja auch richtig so. Ich will auch dein Kleeblatt nicht haben. Und dann behalte es. Sonntag, das mache ich nicht mehr. Ist Sonntag nicht eh bei dir? Eher spontan immer? Wenn dann... Am Wochenende würde ich es selber irgendwie... Spontan machen. Reicht mir, dass ich schon drei feste Tage irgendwie jetzt habe. So ab und zu mal ein bisschen Pause ist wichtig. Damit man sich dann wieder auf dem Stream freuen kann. Also... Soll ich den auch noch loswerden? Wirklich? Bei Resident Evil 3 mache ich es so, dass Liz zuschauen kann, hoffe ich. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Now your feelings Liz ist bei mir auch so. Würde gern so viel zuschauen, aber immer alle gleichzeitig on. Ja... Eben spontan, aber mir fehlt nichts mehr so ein, was ich spontan spielen kann. Oh, dieses Problem kenne ich so gut. Das kenne ich so gut. Das mit dem... Mir fällt nichts mehr ein, so, ne? Wie war denn Tag denn? Ich habe viel vorbereitet für den Geburtstag meiner Tochter. Oh, wann hat sie denn Geburtstag? Mein Tag war... Ja, war okay. Er hat einen lustigen Abschluss, finde ich, wegen dem Spiel hier. So, aber muss ich den jetzt ernsthaft loswerden? Ich habe euch... Super. Solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös. Ich auch, bitte. Hm. Wie werde ich denn jetzt los? Das gehört den Igelbrüdern. Das gehört... Hm. Meine Liste sind 16 an, wow. Dürfte es auch Mod sein? Ich will kein Mod mehr sein. Nee, lass mal. Lehn ich... Lehn ich dankend ab. Bin bei sechs Leuten Mod. Lass mal. Lass stecken. Oh, Mann. Ich klicke hier die ganze Zeit aus dem Spiel. Spiel los? Gebe mir einen Kaffee. Würde ich gerne. Normal? Ich habe euer Werkzeug. Super. Normal halt. Aber... Solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Ich muss mal die Musik ausmachen. So, jetzt. Ich habe euer Super. Solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach... Reicht noch nicht. Aha, mhm. Soll ich den noch jetzt hier machen? Zugenagelt. Hier kommt kein... Da ist er wieder. Stehenbleiben. Ha! Ich stehe auf einem Schemrock. Seid ja, ich kann... Er ist schon wieder in Kamm. Hm. Donnerbalken und fliegen müssen. Lass mich in Ruhe, du Balk. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Und dumm ist er auch noch. Zugenagelt. Dann eben nicht. So ein verhagelter Tag. Auf nach Hause an den warmen Kamin. Da findet mich der Kleeblatt-Kapper bestimmt nicht. Der Kapper. Anders, danke schön für den Host. Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Hm. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Ich glaube, es war letzte Woche knapp 20 reingehauen, aber nochmal. Ja, es gibt auch Eskalation von dir. Ich meine halt immer in diesen kleinen Schritten, dass ich nicht sterbe. Du weißt doch, was ich meine. Oder? Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Doch? Das war ein hübsches kleines Häuschen. War. Kürbis. Kürbis-Häuschen. War. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Na siehste, braucht er nicht mehr. Immerhin. Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Du wolltest, dass er frustriert ist. Da hast du es. Ja. Natürlich. So ganz leer sieht es, ich habe das Kürbis. Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui. Bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Ah. Und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz. Wir machen uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blattboot für Spitzweg. Bereit, um in See zu stechen. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Ah, aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse. Wo Spitzweg schon wartet. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schmirgelst. Ja, ja. Okay. Hui. Ich glaube, das Metall ist magnetisch. Ganz schön schwer. Ich frage mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Oh, der muss aus der Packung Nägel der Igelbrüder gefallen sein. Au, ganz schön spitz. Ist das dein Ernst? Ja, ja, heißt, leck mich am Arsch. Ja. So, und nun? Durch die Schleuse kommt er ja nicht, weil ich muss ja erst diesen... ...Dings loswerden. Das ist Spitzwegs traditionelles Mauswalder Blattflos. Er hat gesagt, dass ich mit ihm fahren darf. Aber noch können wir wohl nicht ablegen. Auch wenn man an mir zu schnuppern. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker. Setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei. Äh, Ruder? Ruder. Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist ein Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Hm, Anker? Ja, das ist ein anderes Problem. So, das hätten wir erledigt. Aber wie komme ich jetzt... Wie kann ich den Wels hier... Ich muss ja an die Sachen hier rankommen, aber der passt hier so genau auf. Ähm... Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was? Wer? Hm, 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 hm. Was? Wieso? Ah, das ist Anjas Kaffee! Moment, wie bist du da dran gekommen? Ach so, er ist kalt. Da haben wir's. Oh, ist das ein Problem? Natürlich ist das ein Problem. Er muss so heiß sein wie Lava. Dann erst ist es Kaffee. Er muss brennen. Lodern. Oh ja, so richtig. Der Rest ist doch nur braunes Wasser. Kein Kaffee für mich. Und dabei bin ich so müde. Tch, wie wählerisch manche sind. Na ja, dann finde ich eben einen Weg, heißen Kaffee zu besorgen. Hm. Das ist so klug. Klug. Wow. 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 Wie mache ich denn jetzt, dass der Kaffee heiß ist? Oh, da muss ich einfach nur schnell sein. Jetzt. Wirklich schnell. Einmal heißer Kaffee. Hm, das klappt so. Jetzt ist mein Becher leer. Oh ja. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen... Den könnte ich nachts gut gebrauchen. Da kann ich kaum die Augen offen halten. Aber nachts hat Anjas Kaffee ja geschlossen. Nimm doch. Den könnte ich nachts gut gebrauchen. Da kann ich kaum die Augen... Aber nachts hat Anjas Kaffee ja geschlossen. Ach, hätte ich nur nicht diese extra Nachtschichten übernommen. Hagebutten sind... Die behalte ich... Wollt ja nicht gerade... Oh. Die Böden weg. Die Kanonen stellen... Meistens flieh ich auch bei... Oh. Nur weil er nachts jetzt hier rumeiert, ernsthaft. Ich muss mir den Schlüssel besorgen. Kann ich den einfach nehmen? Darf ich ja nicht. Hierzulande wird man bestimmt zu tausend Runden im Laufrad verurteilt. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ein Stopp. Das ist ja jetzt Mist. Jetzt ist mein Becher leer. Schubst ihn ins Wasser. Ich würde hier alle ins Wasser gerne schubsen, aber... Das mit dem Frosch ist ja auch noch da. Dem ist ja auch so kalt. Aber das hatte ich ja schon versucht mit schnell dorthin, aber... Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Oh, danke, Mobot. War also irgendein Müll, den man nicht braucht? Mein Kaffee ist... Das ist doch kacke, das ist direkt hier abgekühlt. War Müll, okay. Und deswegen, liebe Leute, habe ich das so eingestellt, dass es direkt links gelöscht wird. Das ist der Grund. Muss gar nicht. Muss mehr passieren, dass ihr euch da nicht streitet, dann könnt ihr euch abwechseln. Rollt mal ein bisschen im Chat, damit die was... Damit die was sperren können. War... Was war? Ach, irgendjemand hat irgendeinen Link geschickt. Keine Ahnung, was das war. Was anscheinend nicht gut war. Ein fremder Mensch. Oder was weiß ich, was das war. Das ging so schnell. Mein Bot hat ja zuerst reagiert und dann... Ah, so ein Bot, ja dann... Dann kann sowieso... Den ist so kalt, wie kann ich... Das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Wir dürfen trollen? Ja, damit die Bots... Äh, die Mods... Was zu tun haben zum Bannen. Das war ein Scherz. Bitte jetzt nicht machen. Voller Bot-Dings gedinst. Ach so, ja, das kann sowieso... Wir sind Bots, ja, genau. Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Da springt, wenn ich die... Hm, vielleicht kann... Wie kann ich denen jetzt helfen? Mann, das ist doch eine Scheiße. So ein... Ich wollte doch heute... Ja, du kannst ja ausgehen. Oh Mann. Ein Problem führt zum anderen und alles ist miteinander verbunden. Was ich alles lösen muss... Ich weiß gar nicht, was ich zuerst hier lösen soll, um weiterzukommen gerade. Ich habe das Gefühl, zuerst muss ich ihnen irgendwie helfen, damit... Dass dann mit Anja dann, wenn sie abends ausgeht, dass ich dann irgendwie den Kaffee für nachts besorgen kann und dann... Ne? Ach schade. Was? Du willst trollen? Ach, jetzt bin ich schon aus dem Spiel raus. Upsala. So, mal so bei Point-and-Click-Adventures. Ja. Ja. Weiß. Gewöhne mich aber nie dran. Ich habe hier aber auch so viel Kram. Ich habe echt keine Ahnung. Ich stehe halt auf der Gamescom auf die Nerven. Hey! Der riecht noch etwas nach Parfüm. Und warum nehmen wir den denn? Wir klauen ihn einfach so im Brief, ernsthaft? Jetzt steckt die Einladung im Umschlag. Hm. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Hm. Der Umschlag klebt nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Nagel zu. Vielleicht auch mit Honig? Ich weiß es nicht. Sven, du musst dann auf der Gamescom Asus Real Life baden. Mit dem Hammer. Bam. Und sei doch froh, dass Armisen Game war dafür. Ja, ja, ich bin ja auch schon. Ich bin ja froh, keine Sorge. Ich stehe nur gerade ein bisschen auf dem... Und hier darf ich ja nicht hin, weil dann kommt Gronkh und traut mich. Hey, hey du, das ist Privatbesitz. Raus aus dem Garten. Oh oh. Man soll den Namen auf der Gamescom mitnehmen? Ja. Gehört, dass Erkis ist ja nicht auf die Gamescom geht. Echt nicht? Hat er es gesagt, oder was? Na, ist halt auch ziemlich anstrengend den ganzen Tag, den da rumstehen und was der da leistet mit den Umarmungen und alles. Das ist schon... Bis später. Pass auf dich auf. Wer mit durch die Kontrollen kommt. Tut mir leid, Sahne-Puffelchen. Der alte Uli ist nicht da. Wahrscheinlich in einem Stream. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter. Nun. Er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg. Er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Ulrichs Schlumpf bald. Da steht aber ein Neuer. Ein paar Tropfen sollten reichen. Ich habe hier ein kleines... Ist aber kalt deswegen, ne? Was? Will... Ach so. Oh. Natürlich ist das ein Problem. Er lo... Der Rest ist kein Kaffee für mich. Und dabei bin ich so müde. Tch. Wie? Ihr wollt ja keinen Kaffee. Jetzt will er Kaffee. Heiß. Ich verstehe ihn nicht. Ich hasse ihn. Bin ich... Bin ich bei... Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee... Ein paar Tropfen... Den könnte ich nachts gut gebra... Aber na... Nein. Nein. Ich weiß es nicht gerade. Nein. Ulrichs Schlummertrunk. Baldrian-Tropfen. Den muss ich wahrscheinlich dann machen, wenn nachts... Wenn er nachts Wache hält, ne? Eine... Wer sich... Bin ich bei... Aber wie komme ich dann jetzt weiter? Ich muss ja... Das muss mit dem Frosch zusammenhängen. Ich muss ja erst dafür sorgen, dass er mit ihr dann auf ein Date gehen kann. Damit ich dann überhaupt hier irgendwie... Da rein kann, nachts. Er hat Halsschmerzen und so ein Kram. Wie mache ich... Was mache ich denn da jetzt? Cool. Hagebutten. Wenn die getrocknet sind, kann man die... Hagebutten. Hm. Nein. Na gerade hänge ich wirklich fest. Ganz schön windig bei uns. Ist bei uns auch noch windig. Ähm... Große, schwere Hammer... Ähm... Oder das gibt's ja auch im Mario-Universum. Von daher... Es findet richtig stark. Sabine dachte sich wohl heute Mittag... Ja, das soll ja ein paar Tage sogar gehen, ne? Also morgen soll's ja auch noch windig sein. Hm... Möchtest du Kaffee? Einen kalten Kaffee? Nein. Nee. Das bringt nichts. Ein Zettel bringt... Einfach mal ausfragen. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zaroff. Da muss man nichts abzapfen. Die behalte ich besser. Windig ist mir egal. Weil nur Regen kann aufhören. Bei mir ist zum Glück gerade kein Regen. Aber hat auch den ganzen Tag geregnet deswegen. Ah. Nur hier raus. Schade. Hätte ja sein können, dass ich das zukleben kann. Hm. Der Virtuose Max... Hm. Oh. Wie krieg ich den hier irgendwie? Das bringt nichts. Hm. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Hm. Münze? Ach du meinst... Ah. 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 Scheiße. Wo war nochmal der Weg? Ah. Ah. Die wollte heute Mittag unbedingt raus und ist fast... Äh. Was hat sie hier? Aber die ist zum Glück nicht doof. Die versteckt sich bei Kack weiter immer im Schuppen. Trotzdem habe ich irgendwie Schiss, dass da was passiert ist. Ah. Ah. Das ist Mist. Da würde ich auch ein bisschen Angst haben. Das glaube ich dir. Also ich drück mal die Daumen, dass nichts passiert ist. Katzen sind ja wirklich Überlebenskünstler. Deswegen... Denken wir auch, dass es dir gut geht. Wollen wir mal schlafen oder so? Wie spät ist es denn? Achso, ihr geht um Null dann. Ich glaube ich mache heute auch nicht so lang, weil... Bringt ja nichts, wenn ihr alle pennen geht. Und dann verpasst ihr alles und... Dann haben wir mehr vom Spiel. Das nächste Mal. Weil heute werde ich eh nicht damit fertig. Hm. Macht das Moni. Ich bleib da. So, ich bin noch da. Ja, ich weiß. Aber ich will doch trotzdem in der Woche nicht so lang streamen. Ich will mich doch eigentlich auch mal dran halten. Das ist nicht eskaliere. Darf ich mir sowieso für morgen nicht erlauben, weil ich wieder auf den Hund aufpassen muss. Im halben Tag. Hm. Das letzte Fass Blausaft. Damit bin ich besser sparsam. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ich behalte besser den Blausaft. Davon gibt es sehr wenig. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Ja. 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 Beldrian habe ich ja gerade probiert. Beldrian tropft. Ich behalte besser den Blausaft. Davon gibt es. Du sollst den ja auch nur hier reinkippen. Ich behalte da. Gib mal das hier aus. Also, wenn mich nicht alles täuscht, sieht er jetzt aus, als ob er wach macht, aber in Wirklichkeit macht er müde. Hm. Teuflisch. Nein. Mal dran halten ist immer so einfach gesagt. Ja, ich weiß. Die ist schon irgendwie sechs oder sieben Jahre alt. Die hat schon was erlebt und ist direkt an deiner Hauptstraße aufgewachsen. Also, die wird schon wissen, was sie tut. Ja, das glaube ich auch. Wenn Ende ist, dann halt Ende, dann ziehe ich ab oder vielleicht früher mal schauen. Ja, muss ja nicht immer Eskalation sein. Noch so ein Tropfen. Und das Spiel wird auf jeden Fall noch ein bisschen gehen. Ich weiß aber nicht mehr, für was habe ich denn Blausaft gebraucht? Ich weiß nicht. Die hat die Torte, die hat sie verbraucht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Für die Party. Fische, ein Schläfer. Oh nein. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Äh. Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wälz nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Hervorragend. Erster Mart, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das, oder ein paar Raketen abfeuern. Ich mache es dir einfach im Weg der Richtigen. Probieren wir es doch einfach mal. Das war wieder so simpel, aber ja, erstmal drauf kommen, ja. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Oh mein Gott. Besser, ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mart. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Was? Was? Oh, Hölle. Oh, nö. Halt! Wer flößt dort den Wach hinab? Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Willst du mich verarschen? Wie drollig. Ja, ja. Klug und drollig. Und begabt. Meine Mauseshitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse. Außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühren durch. Der ist wie Shadow. Bearbeitungsgebühren und alles. Der hat mir auch solche Sachen ausgeheckt. Das muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber, aber vielleicht sollten sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Brechdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, Bannhammer. Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch aus. Ich schaue euch einfach zu. Wie Gelagerei. Wie drollig. Ich bin mir was überlegen müssen. Schon wieder. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Oh, ich hasse ihn so sehr. Willst du einen Schluck? Du bist wertlos. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Ich brauche, ich brauche den Löffel. Gib mir den Löffel. Ich will ihn verprügel. Hallo Nijan. Schönen guten Abend. Oder so. Ja, ist er schon. Geht er auf null Uhr zu. Ach Mann. Ein Meter weiter und schon wieder Stopp. Unter meiner Brücke fließt man nur gegen Gemühen durch. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Er lebt ja noch. Ich bin enttäuscht. Ja, ich bin auch sehr enttäuscht. Wertlos. Wasserstreit. Außer für. Und vielleicht. Sie sagt, ich. Ich habe jetzt aber nichts mehr. Womit ich ihn locken. Kann ich auch woanders damit hinschippern? Wege lagereit? Nein, nein. Diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber, aber. Aber der Kinder schmacht ich. Wege lagereit. Trollig, ja. Willkommen im Mauswald. Dein Freund mit den... Hier ein... Bleibt lieber... Die... Hat Anja vielleicht noch irgendwas Süßes oder so? Sekunde. Hm. Ich behalte besser den Blausaft. Davon gibt es sehr wenig. Mehr will die aber mit mir nicht reden. Bis später. Pass auf dich auf. Hagebutten sind cool. Interessant. Der alte Uli hätte sich darüber gefreut. Überhalte ich besser. Hallo. Guten Tag. Ich... Maus unten. Hm. Sinnvolles. Nur Sachen, wo ich jetzt nicht weiß, was ich damit machen soll. Also den Brief kann ich ja erst nutzen, wenn ich das dann zuklebe. Der Frosch ist ja auch der Postbote, der das dann auch verschicken sollte. Da ist die Briefmarke dazu. Dieses Buch kann ich nicht lesen. Das kann ich ja auch nicht verbinden. Da muss man nichts. Nein, ich bin besser vorsichtig mit... Nein, ich bin... Der große Zaroff. Ob das wohl seine Sachen in dem Koffer waren? Sein Zylinder? Oh, au. Du meinst... Du meinst das hier? Der Virtuose Maxi Mauser-Kopf residiert zur Zeit in Mauswald und ist höchst selbstbereit, einen, aber nur einen hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Hm. Einen Mauswald? Einen Mauswald? Einen Mauswald? Wo ist der Mauswald? Den habe ich noch nicht gesehen. Hm. Oder ist das hier jetzt irgendwie? Oder soll es der sein? Entschuldigung, aber... Heute Abend steigt ein... Und ich... Ein Zettel bringt mich hin. Hm. Zeig mal den Zettel an, ja? Was soll... Was? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Was los, Keks? Extravagant. Ein Zettel bringt mich... Willkommen zurück. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato wie Lied spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Bis später. Pass auf dich auf. Wie war's? Das dumme Wiesel mit dem Mut hat mit dir gesprochen? Egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mauserkopf zur Zeit in Mauswald ist, um einem einzigen ausgewählten, begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Naja, talentiert bin ich ja. Na klar, ja, klug. Mit K. Mit der Violine? Was ist mit K? Klug. Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Okay, klug, ja. Mein Kopf ist groß, also muss heißen, dass ich klug bin. Oh Mann, ey. Den Werbezettel hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Nur kleines stängendes Piep-Piep. Ja. Schlimm. Schlimm, schlimm. Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott. Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss. Und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank. Nein, den muss ich umließen. Pfeffer ist für vieles gut. Sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Hm. Spitzwegspfeffer riecht ganz schön gu... Höh... Höh... Mir geht's okay, Pia. Nur ein bisschen müde, aber sonst alles okay. Und bei dir? Was mache ich denn jetzt mit dem Pfeffer? Das braucht keine besondere Würze. Wieso willst du denn essen, oder was? Das... Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Pfeffer. Egal was man findet, alles könnte in den Kaffee... Ja, ich wäre ja so lieb und würde noch den Nagel hier reinmachen, aber... Nein, ich bin besser... Ja, geht ja leider nicht. Und nochmal hier? Hier konnten wir ja nicht durch, wegen... Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinbergwald, er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch nicht stören. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Schmiede, Eisen und Holzer, Waldzwerge. Ich kann den aber nicht... Spannend! Schade, dass das Tor zu ist. Das braucht keine besondere Würze. Nein. Das bringt nichts. Das Boot treibt ab. Was? Ähm... Das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Die Musik dabei, wow. Oh Gott. Der gute alte Nagelkaffee. Ja. Und Arnlis, einen fetzigen Abend wünsche ich. Ich wünsche dir auch einen fetzigen Abend. Immer noch niedergeschlagen. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Ganz viel Hack. Hack, ja. Alles wird aus Hack gemacht. Oh Mann, ey. Ich finde das Spiel aber echt super. Ich finde das echt super. Das erinnert mich jetzt halt echt wieder auch so an Deponia. War auch nice. Nach drei Tagen, dann gibt's Kingdom Come Deliverance umsonst. Stimmt im Epic Store, ne? Hab ich auch was gelesen. Die hat sich's auf der Rübe bequem gemacht. Hm. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Hui. Die hatte sich ganz schön festgesaugt. Wie niedlich. Die behalte ich besser. Das braucht keine Besor... Nur falsch zu denken. Ich hab nix getan. Ich hab nix getan. Du bist also auch sehr gut informiert. Ja, ich hab das, äh... Hab das irgendwie mitbekommen. Es ist schon cool, was die manchmal raushauen, einfach umsonst. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. Und Pach gesagt. Sie tun, als du Land gewinnt. Ich bin krank. Es klang wie ein Hilferuf. Ich muss da irgendwie reinkommen. Oh nein, das klang Renn weg, sonst bist du auch krank. Wieder einer. Ich seh die ganzen Tropfen hier. Wieder einer. Okay, nicht alle, aber... Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Stimmt, das könnte gehen. Aber jetzt bringt das noch nichts. Hm... Noch nicht. Ich habe einige Gratis-Games im Dezember abgegriffen. Ja, Gratis ist ja auch cool. Warum nicht? Ich habe mir die Royal Edition bei Instance geschossen für 15 Euro und bin es hart am Suchten. Du meinst jetzt auch Kingdom Camps, oder? Ich schaue das immer bei Klaus zu. Das macht echt Spaß, wie er das zockt. Ich kam mit der Steuerung leider nie so klar. Ich wollte fragen, ob ihr mir bei Fighters Z helfen wollt, möchtet. Inwiefern helfen? Ich habe das Spiel nicht. Ich kann da nicht helfen. Ich habe das nicht. Mit dem Kampf des Tyrion King, dann kam mir absolut nicht klar. Ich auch nicht. Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Was geht bei dem Typen schief? Ich habe keine Ahnung. Stimm nicht, Epic verlangt deine Seele. Persönlich habe ich nichts gegen das Game, sondern eher gegen Click & Point. Ach so. Ja, ich mag Click & Point Adventures. Ja, das gilt auch für dich. Ab und zu mal. Bei der Widerhandlung verweigern wir Blausablieferung für mindestens drei Wochen. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Was? Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Point & Click. Ja, genau. Lass mich. Der Tronze Zaroff. Hellsichtiger Illusionist. Bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Wenn ihr mir Karas aussuchen könnt, also drei. Ich weiß nicht mal, welche Charaktere da drin sind. Wie gesagt, ich habe null Plan vom Spiel. Außerdem müsstest das ja du eigentlich entscheiden, mit wem du am besten klarkommst, oder nicht? Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Ich mag einfach zu viele. Ja, das ist ja bei mir auch das Problem. Ich weiß nicht, ob ich ihr da helfen kann. Ich mag ja auch sehr viel. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Wie kann ich jetzt helfen? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Wie komme ich da jetzt rein? Wenn man größer ist, aber es fährst. Ich darf schon nur okayen. Danke, dass du da warst. Und wahrscheinlich Vapor jetzt auch ins Bett. Dann wünsche ich Vapor auch schon mal eine gute Nacht. Und auch dir danke fürs Dabeisein. Kann ich Liste schicken, wo alle drin sind? Das würde es einfacher machen, ja. Weil ich weiß leider wirklich nicht, wie da alles drin ist. Ich würde schon gerne noch hier reinkommen. Ich mache heute auch nicht so lange. Am besten wechselst du immer durch. Ja, eigentlich müsste er das wirklich selber entscheiden. Das ist halt... Weil er spielt ja die Charaktere dann. Wenn ich jetzt Charaktere aussuche, mit denen du gar nicht klarkommst, ist es halt blöd. Hunderttür. Kann ich das irgendwie aufhebeln? Dann kriege ich die Tür nicht auf. Verschwindet. Vielleicht kann ich durchs Fenster reinkommen. Ich will die Scheibe nicht zerbrechen. Ich muss vorsichtig vorgehen, wie die Profis im Kino. Kino? Ist das dein Name? Verschwindet, du Heißbremseher. Ich glaube, ich habe schon wieder jemanden... Scheiße, nicht Kino. Ich will die Scheibe... Kino ist das... Ich glaube, ich habe schon wieder... Das muss nicht gelöffelt werden. Was? Ich will nichts löffeln. Ich will das hier. Vielleicht kann ich das damit... Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Natürlich. Ist ja auch nicht kaputt machen, ne? Das hat doch mal geklappt. Und jetzt? Jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst geht die Scheibe zu Bruch. Du machst die doch trotzdem kaputt. Hier komme ich das Glas da jetzt in einem Stück raus. Ich muss vorsichtig vorgehen, wie die Profis im Kino. Ich will die Scheibe nicht... Ich... 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 Profi-Arbeit. Da! Wieder ein Hilfe-Ruf! Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Ja, du hast wieder bei Hilfe gerufen. Meine Zipfelmütze. Nur jugendlicher Einbrecher. Was? Was? Ich dachte, Sie haben um Hilfe gerufen. Pah! Hilfe! Ein Waldzwerg bittet mich um Hilfe. Ich... 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 Sie? Da! Schon wieder! Pah! Oh, wow! Was ist denn das jetzt hier für... Sie tut die Klappe. Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unseren Stollen. Was? Nein! Und da kannst du dann... Da kannst du... Kannst du... Stollen gucken? Pah! Schon wieder! Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Pah! Jetzt schläft er. Ist das denn ernst? Um Hilfe gerufen? Genießt habe ich. Hab mir ein Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe? Hilfe! Okay. Ach ja. Mein Zwergenschnupfen. Meine Nippe wurde haben schon das Weite gesucht. Ja. Verstehe auch warum. Ja. Das ist eine ganz übele Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Mir kann keiner helfen. Naja. Außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Pah! Einweilzeit bitte nicht um Hilfe. schläft er schon wieder. Ich habe wieder was kaputt gemacht. Eine Karte, aber eine ganz seltsame. Okay. Ist ja gut. Eine ganz üble Sache soll Zwergenschnupfen. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Schau, da holst sie ab. Oh. Könnte Keks sein. Das war bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ein Patent der Waldzwerge. Nachbauen verboten. Hm. Nichts. Die Maschine läuft wieder. Bist du sicher? Ich habe jetzt nichts gehört. Auf dem kleinen Schild... Blausa... Na? Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzel auslese. Und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Hände weg, aber erst mal rauftatschen. Ist klar. Auf dem Bett steht Schmiedeeisen. Das sind ganz schön viele Stollen. Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Das sind... Ich würde ja gerne... Das Bett ist auch leer. Das nehme ich mit. Merkt er ja nicht, ne? Weißt du, dass ich kann es jetzt hier wieder öffnen? Nee. So. Endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Domi ist frei. Also doch, Schlüsseldieb. Ja. Jetzt. Jetzt schon. Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nur eine Sie. Aber ich weiß nicht, wen man meint. Wer denn? Die. Anja. Ah, doch. Anja. Seid der alte Uli weg ist, ist sie. Wah. Ist sie die ein... Ein? Nein. Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Na, dann fragen wir sie doch. Pah. Einmal zeig, bitte nicht um Hilfe. Pah. Pah. Der ist krank gekauft, der hilft auch Anja nicht mehr. Pah. So, Anja ist hier also die Frau für alles. So, Anja ist hier. So, Anja ist hier. Vielen Dank. So, Anja ist hier. Hier ist es Hechtkipfelin. Wir haben die Frage, oilen jemanden,